Musik So und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Pferdekauf Video. Heute ist der Tag noch auf der Tür und schon erwartet, habe ich gedacht, ich habe erstens gedacht, ich kaufe mir auf jeden Fall einen Araber in neuen Farben und ich hätte nie gedacht, dass der Rapicano doch geschafft hat, in unseren, quasi unseren Jovic zu kommen. Es war echt, echt, ich habe mich nicht erwartet und da steht er und ich werde den Rapicano mir holen. Und der ist so wunder, wunderschön, der Araber. Der hat schöne blaue Augen, schöne schwarz und den werde ich auf jeden Fall mir jetzt kaufen. Ab Level 7 ist er kaufbar und mal gucken, welchen Namen ich mir den guten, ähm, mir, äh, Blackie könnte heißen. Blackie oder so. Moment, vielleicht, äh, finde ich einen Namen für ihn. Ich hätte echt nicht gedacht, dass der Update so schnell, äh, so schnell, ähm, so schnell, ähm, da ist. Ich habe erst gedacht, es dauert echt lange, bis der Update da ist. Und ich habe echt nicht gedacht, dass der Fliegenschimmel nicht da ist. Ich habe erst gedacht, der Rapicano ist nicht da. Aber, aber, der Schwarze, weil es gibt ja auch den Braun, schon. Und, warte mal, kann ich mir, warte, ab mit Black bin ich ja schon weg, ne? Hier, ähm, gibt's Blackie, falls Vorname? Blaze? Gibt's nicht. Och, Mann. Dann, nein, nicht Zombie. Äh, dann heißt er... Ähm, boah, ey, es gibt keinen Blackie, ey, was soll denn das Shit, ey? Ähm. Dann heißt er, dann ist er, ich will mal gucken, Robin, Robin, Robin Hood. Äh, nee, dann heißt er, ähm... Ähm... Dann heißt sie Nova. Nova. Sie heißt Nova. So. Hallo? Jetzt leckt's. Hallo, ich habe das Pferd doch gekauft. Oh, nein. Es leckt. Ach, ich wollte schon sagen, ey, ich habe schon Angst, ey. Ich habe das Pferd nicht gekauft und ich habe Starcoin ausgegeben. So, ich habe das Pferd gekauft, der heißt jetzt Nova. So, abholen. Aber die Quest machen wir noch nicht. Die Quest ist erstmal egal. Ich höre erstmal den Araber ab und ich freue mich auf den neuen Araber. Wie ihr wisst, ich liebe Araber. Ich kann nicht genug haben von den Arabern. Ich hätte echt nicht, wirklich echt nicht gedacht, dass der, der Rabicano doch in den Spiel kommt. Ich habe erst den Fliegenschimmel, weil, weil ich so viele Gerüchte gehört habe, dass, ähm, dass der Rabicano quasi weg ist und der Fliegenschimmel dann da ist. Hätte ich echt nicht. Und das lag mega. Das, da ist so viel los. Eieieiei, ich habe gerade Steilhilfe und irgendwie, ja, jetzt. Ja, das lag mega in dem Server, alter. Das ist echt, uff. Okay. Rabicano, wo bist du? Äh, nicht Rabicano. Ähm, Nova, wo bist du? Mein Araber. Da ist Nova. Hallo Nova, mein guter. Da stehen alle meine Pferde jetzt hier rum. Halt, den Hufeisen nehme ich mit. Den Hufeisen. So. Da steht der Gute. Ähm, Nova. Und ich finde ihn echt wunderschön, das Pferd. Also, ich glaube, ich denke, dass ich den Gangaden und so nicht zeige, weil ihr wisst ja, wie die Gangaden sind von denen. Und, ja, ich freue mich auf den, auf den tollen Pferd. Und, ja. So. Dann mache ich hier noch, ähm, Hufeisen. Boah, das laggt. Das merkt man richtig, dass es ja richtig laggt in den Server. Das ist echt schlimm. Ich glaube, das, das, das mit dem Zeigen wird echt nichts werden. Mit dem Gangart, weil das ist so viel los. Aber ich bedanke mich erstmal fürs, ähm, Zuschauen. Ich habe mir den schönen, schwarzen Rapicano geholt. Und ich bin sehr, sehr zufrieden. Und ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Heute kommt noch ein, noch ein Stream, Livestream. Und mach's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.